Das ist bestimmt nicht verwirrend, oder? Aber ich bin ja mit dem schwarzen Herzen am Tisch. Der kann, btw, wenn du nicht Tournament spielst, kannst du immer ein Ding machen. De-spawnen und wieder rein-spawnen mit dem schwarzen Herzen. Ist das gut? Na... Ich hab gerne mal wieder ein gutes Alter. E-back-hack zum Beispiel. Nein, das hätte er nicht gern. Eh schon. Das ist ein gutes Alter. E-back-hack. Wow! Und 6-6? Soviel haben wir schon gleich die ganze Rounds in der Kopf. Doch, doch. Gestern schon. Gestern schon, aber halt nicht. Wir haben gleich mit 3-5, oder? Nein, wir haben mal 4 irgendwas gehabt. 3-5 von morgen. Aber 6-6 sind für ja schon recht viel. Für 9-5? Nein, 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 nein. Das ist die volle Stopwatch, oder? Ja, aber es ist die genervt. Ja, einmal getroffen werden, aber... Schau mal, ob wir irgendwo noch ein bisschen Geld herkriegen. Schau mal, ob wir irgendwo ein bisschen mehr Geld herkriegen. Okay. Dann, auf die Scheiße, fertig, los. 2 of Diamonds verdoppelt unseren Geldbetrag. Also wenn wir es technisch gesehen 18 Gold. Und dieses Item da... Und wenn du Damage kriegst, wird alles langsam. Und du wirst schnell abnehmen. Genau. Was auch nicht unsere kontinuierlichen Probleme hier ist. Der Boss ist wesentlich, ich wusste nicht, wenn du den Unverwundbar bist. Okay, wir zählen erscheinend nicht. Oder der Boss ist ausgenommen. Nein. Nein, er zählts anscheinend. Das ist das einzige, was ihn macht. Oh, ich weiß er. Ob der Hasch nicht ausgenommen ist, würde ich sagen, ja. Der Hasch ist das das einzige kein Vorteil, oder? Ja, ich weiß, weil dieses Betten nicht mehr funktioniert. Ja. Voll bescheidet. Nice. Mit einem Lucky Panic dahinter, ja. Mit einem Lucky Panic dahinter, ja. Können wir uns jetzt mal packen, oder? Ja. Es ist eine Chance einfach, dass du... Das ist die Panic halt, sozusagen. Gibt's ein Clip Scorch wahrscheinlich, ja. Ja, den Sand gibt's noch nicht, ja. Ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, das ist auch okay. Oh. Aber der mal anderer. Nein. Das ist der gleiche, den wir setzen können. Echt? Stimmt, ja. Spawnt auch gleich doppelt. Und grundlich. Auf. Schnellere Flex, Manuel. Muss er dir lassen. Das ist irgendwie ganz der Bankenspuck. Das ist... Macht's ein bisschen leichter. Oh. Das knife ist aber halt mit dem Ding, den wir haben natürlich. Ja, eh was. Der knife ist meine Lieblingsherte. Das knife ist verdammt stark. Das Problem ist mit dem... Du hast damit eine Waffe, die du vor dir hertragst. Du kannst kurz werfen. Kriegst dann zurück. Es hat Piercing Attack und geht überall alles drüber. Okay. Aber mit der Jacob Slider und Ding, da wird's keine Energie nicht. Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach keine gute Idee. So gut es auch ist, ist das keine gute Idee. Das ist... Die Jacob Slider geht nur, wenn du Warn triffst. Ja. Okay. Was macht das eigentlich noch? Not sure. Ich glaube, es gibt dann eher... Wenn du irgendwas kriegst... Also quasi Kisten oder so, kriegst du mehr. Okay. So reingehen. Na, machen wir später noch. Also für zwei Schlüsse ist es sehr teurer Spaß. Solange du in die gleiche Richtung schießt, kriegst du Shotspeed ab. Wenn wir alle drei in die gleiche Richtung schießen? Na, wenn du einfach weit... Wenn du einfach in eine Richtung haltest. Siehst jetzt eh, wie hoch mein Shotspeed ist. Bei uns geht's dann schon hinten, Alter. Nicht schießen. Das ist echt nah für das Item, das wir los wollen. Was ist die Seite? Ja. Das nahe das Item, das ich gerade gekriegt habe. Okay. 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 So, ich mich건, ich war noch. Ich brauche nur ein Stopwatch. Es ist nicht ganz so gut. Die ist, wenn du in den Raum gehst, integriert sie oder integriert sie nicht. Zum Verteilung gibt es da Synergien? Glauben wir es. Was hieß der? Das ist der Raumkuss. Der Laser geht durch. Hast du Schaden oder geht der jetzt trotzdem so durch? Ich hab dir gefallen. Cooles Item unter allen anderen Fällen. Was kriegst du zum Damage? Nimmst du das? Ja, auch. Aber da kann eben auch der Krampus drin sein. Der Krampus hat entweder seinen Kopf oder Lump of Cold für dich. Was wollten wir haben? Alles andere. Normal Level. Lump of Cold ist auch okay. Bei der Länge die wir haben, ja. Bei den Laser funktioniert das nicht. Aber funktioniert. Glaube nicht. Aber das war auf jeden Fall auch mal wert. Ja. 7 Keys. Jetzt kannst du ja 1-2 aufmachen, wenn wir gleich Level sind. Stimmt. Wenn du 2 Keys brauchst hast? Ja. Ja, bei so viel ist das okay. Genau. Ja, ein paar wert. Ja. Ja. Aber jetzt ist es immer wert. Vor allem. Ich bin noch auf dem Roten. Das wird malade. Aber ich kann es nicht ändern. Jo. Kann auch. Was ist da hier? Ja. Wenn ich jetzt meins hergeben würde, könnte man Blaues holen. Aber die Aussage ist, wir dürfen nicht die spawnen, glaube ich. Ja. Jetzt wird nichts machen, was das nicht so ist wie ein Vorzeil wäre. Warum fließen wir? Ich weiß nicht, bis mein Ding gut erfolgt ist. Achtung! Das ist ein Bomber, Mann! Der könnte auch mal den Rennen ins Bomben lassen. Kann da wo eigentlich hin. Das ist ein guter Rennen von Damage-Share, leider. Ja. Was ist das Lichus-N-Kennig? Wir haben 1-Power. Moist. Sack, unten. Sack. Gut, perfekt. Mika, alleine. Achtung! Bonus Level? Zwar die Bonus auch falsch in die Richtung. Für uns betrifft es das nicht, aber... Ja, Bomber, alleine. Bomben. Das ist schon mal gut. Ja, wir haben Bombe gezogen, mehr als er kriegt. Ja. Ich könnte uns die Pilze vorbomben, wenn du die Korte sehen würdest. Hä? Wenn ich bombe, geht doch nach Grobetschanern, gell? Ja. Aber das ist das Witzige, weil ich von Luftfliegen bomben kann. Das hab ich wohl vergessen gehabt. Ja. Und ja, das ist ja vielleicht schon mal ein Simulator. Was ist das Rote? Achtung. No, definitiv no. Vorher mal raus, oder? Hm? Bevor die erste Ace of Diamonds machen, es noch so wird. Eigentlich passt schon. Ace of Diamonds. Das macht das. Ja, ja. Aber die. Mö. Mö. Hm. Mö. 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 Hinten. Mö. Achtung. Was ist nochmal raus? Na, geh vorher. Er hat's rote, nicht ich. Ist das überrissen? René, du hast ein rotes Lehm. Weißt du nicht. Wer bist du? Ich bin das blaue Ding. Ne, wir finden es aus. Sech schön. Nimm du an, Dev, bitte. Ich? Ja. Wieso? Dann haben wir keine roten mehr. Okay. Geht's weg da. Shit. Ja, da kommen wir leider noch drauf. Wurscht. Wurscht, was wir machen. Der Punkt ist, wenn wir blaue Herzen haben, können wir mehr Devil Deals. Sorry. Wir haben mehr? Mehr Devil Deals. Okay. Wie Bruno selber, wenn du keinen Schaden nimmst, ich keinen roten. Ist natürlich cool, wenn du Schaden nimmst, oder? Ja. 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 Ja, ja. Das ist ein kleines Kugeln. Das ist ein kleines Kugeln. Ja. Das ist auch nice. Doppelt fallen. Wie war's? Ist das halt... Ist bei der Ace nutzlos. Ich kann keinen damage kriegen, dass ich rausgegangen bin. Da haben wir schon drin. Da haben wir schon drin. Da haben wir schon drin. Cool. Da haben wir schon drin. Cool. Und da ist es. Es kommt halt nützlos natürlich. Und da ist es natürlich. Ja. Du bist da wieder ein bisschen ungescheint dran, oder? Du bist da wieder ein bisschen ungescheint dran, oder? Du bist da wieder ein bisschen ungescheint dran, oder? Ja, großartig. Ab hoch. Ja. Hä? Du bist doch eine Spinnerecke. Und da schaut das. Geld bringt Geld? Ja. Das war drin. Die Karte nix bei uns am Glück. Ah, die sind fertig. Die Karte sind fertig. Die Karte ist fertig. Die Karte ist auch fertig. Die Karte ist fertig. Ja, ist groß? Ja. Ah, okay. Beweeegen. Ja, mit der Aurokmeier da. Ah, jetzt können wir auf uns mal schießen. Na. Ich dachte mir, es war Item Fix. Oh. Ja. Schockt. Seitemanschau für die 15. Kann sein. Wir müssen jetzt das von 1 auf 2, also das ist nicht so. Ja. Trotz deiner Speed. Boah. Das ist Sacker. Juhu. 6%. Die Kiste nicht mehr? Ja. Wozu? Das ist eine Kiste. Ah, das war von Arsch deswegen. Monster Minion. Leider nicht die Pillen, oder? Nur mit Harten. Was? Ja. Das war's für das, dann. Ich habe das Pfeff an. Ja. Das war's für das. Das war's für das denn. Tatsächlich. Einesfalls kann man das mal holen. Die Kiste. Was ist das für ein Art? Da sollte Geld drin sein. Wie zum Mars. Achtung. Das Ding ist gut. Ich mach gleich alles langsamer. Ohne das zu dämmern. 2 Mal. Na doch. falsche Quarte. Äh, kein Quarte. One down. Two down. Two down. Nice. Ich weiß sie da jetzt nicht. Ist das nur jemand? Das Schaden tut es nicht. Das fahrt es eins. Ja. Die wird links rechts zugreifen wahrscheinlich. Ja. Sind beide nicht verkehrt. So, ich habe es besser gewesen tatsächlich, weil ich einen Contract gekriegt habe. Also Plus Damage. Noch mehr Damage. Ja. Ja. Ich habe eh verwehrt. Ja. Wir haben nur Shots wieder. Entschuldigung. Achtung. Die Viecher sind fickt schnell. Das hat mir echt. Achtung. 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 Oh fuck yeah. Achtung. Achtung. Ach, da ist nichts. Das wird Fungiel sein. Schauen wir mal. Nein, Baby. Bist du gestorben oder was? Ja, ich schaue noch mal. Achtung, ich schneide den Fücher. Ja, ich schaue noch mal. Oh, 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 ich schaue noch mal. das ist das normalerweise ein Spiel no Wow! Ein Yoshi! Achtung! Was ist denn? Ich hab das noch mit dem... Na, warte mal. Wie ich mich schon findet nach unten ab und zu? Was ist das? Hm? Was meinst du, du kommst dann nach unten, wenn du... Muss das nur in den Seiten, oder war das... Ja, du musst dich hinbehen. Ja. Achtung! Wir haben Options. Options sind jetzt für den Arsch leider. Ja. Aber wer kann... Halt im Raum mehr. Ja. Ich dachte, das ist was andere. Ist das auch bei denen gewesen? Das ist jetzt mal wirklich am Wandel. Ja. Es ist gleich gut. Was? Oh, warte mal! Achtung! Nein, es wird gar nicht so weit. Was? Ich muss sogar viel mehr Geld genug. Also, schau. Ja, ja. Aber automatisch? Ja. Okay, so wäre ich sicher... Nothing here. Der kommt noch mit deinem THD-Nemmen. Weißen, was da drin ist. Ich kann auch nach unten schauen, aber... Hätte gesagt, glaub mir, dass da unten noch was ist. Hm? Was? Der Post-Brush sind trotzdem so spät, oder? Ja sicher, wir wollen eh keinen Post-Brush machen. Ich schon. Schwank noch nicht? Ja. Wiss ich nicht? Ja. Guck mal. Was war das für uns? Spook of Belial? Spook of Belial wäre es nicht mehr drin, aber das Ding war. Zumindest wenn wir Damage kriegen, machen wir irgendwas. Ja ja. Damage kriegen jetzt unsere Taktik immerhin. Im Moment mal. Ich bin fast hier. Im Moment einfach hier sind wir da. Ich bin fast hier. Auf dich zuhören und legen dich ein bisschen. Einfach vorhin in den Traum laufen, damit es dir zuhört. Ja. War das scheiße? Ja. Du reinkommst die Ecken mit der Scheiße. Weißt du, mit dem Level ist das eigentlich vorbei quasi? Mhm. Ja. Ja. Wir sind schon mit dem Level sortiert, dass das auch schon gut ist. Das sind ziemlich weit unten drin jetzt. Oh. Wir haben es gesehen. Mit Cero? Was willst du mit Cero? Ja. Das ist ziemlich von Arsch gehört. Ja. Ich glaube, ich hätte es nicht drüber. Und das haben wir das letzte Mal ein blaues Herz gesehen. Hast du? Wir sind jetzt schon seitdem her. Ich bin nur deswegen. Ja. 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 ist es da drin ja 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 Nein, viel Geld. Okay, time for a picture of this, hmm, let's use some of this. Afton, Rekta. Oh, there's no rush. I'm gonna die there, yeah. Yeah, I got the market with my bottle off. Oh, what, is that the 3D level? I don't know. Money is power, right, right. Where'd I get it? Where'd I get it? Where'd I get it? Where'd I get it? Tauern doppelt C, auf die Tour. Not so, wenn wir die Tour. Danke. Oh, das ist auch sehr schön. Da steckt sich irgendwo einfach. Ich bin immer scheißschnell. Hm? Und wir machen Kontakt damage. Jo, Kontakt heil. Du könntest den Gerard haben. Hätte ich gesagt, wenn die Items so weit kommen und dann verproben? In der chest, ja. Ist das gescheitert? Ja, tu hoch aus. Mach 10 Minuten. Mach deine... Der passt gut zu mir. Der wird etwa hinten geschlagen. Hm? Das sind Haar klappen jetzt etwa hinten die Starre geschlagen. Ja. Die braunen Stein. Ja. Ja. Oder auch die drei Skis jetzt. Achtung, jetzt kommt wieder der Boss, gell? Nein. Zuerst auf die Augen und dann weiter schlagen. Ah, da ist es. Okay. Passt? Schau mal kurz nach. Da ist es. Passt. Wir starten unten, oder? Wir starten unten, ja. Mit links rechts in die Augen. Genau. Das geht's. Was? Wir könnten zum Hasch runtergehen, wenn wir wollten. Er ist ein sehr starker Boss, den wir nicht wollen. Wir kreaten halt vier Kisten, vier Items oder wie war das nochmal? Zwei Items? Zwei Item Rooms, vier Kisten und einen Shop. Das Problem ist, den schaffst du sicher nicht. Dann schafft man wahrscheinlich den Schuh bis zwei. Das ist einfach so, wenn wir nicht so umputzen aus meiner Kiste, mit der man die Items verdoppeln kann. Sprich 8 Items. Achtung auf uns schließen. Schatz. 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 Das ist auf jeden Fall. Na, ich dachte, das war gut, ja. Was? Jetzt die scheiß Pille einsetzen. Was wollen wir denn? Die Powerpille. Okay, warum ich das Leben hätte gefallen lassen? Helferpillen. Und eine Rundebank. Okay. Die KiKA Clinic. Ich muss das Leben. Ich muss das Leben herrücken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. That was the plan. What's this? That was the plan. Holy flying fuck. 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 Achtung, wenn wir zu mir kommen. Wenn wir trainieren, da bringen sie im Sinn frei. Fett macht die Langs mal mehr Leben, oder? Ja. Was ziemlich wurscht ist eigentlich. Ja. So. Ich glaube mehr mehr als das, was wir erinnern kriegen. Ich glaube nicht mehr zum Verringer ist. Wenn wir Deinersch kriegen, dann wenden sich die Gegner zu, äh, dann helfen uns die Gegner. Ja. Außer es gibt keine Gegner mehr. Ja. Und wir brauchen jetzt eine Funktion. Doch, doch. Ja. Ja. Achtung, die schweigen auch zwischendurch. Es ist dunkel, aber es ist... Ja. 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 Ja, da war das. Warte, die muss nicht mit dir. Das war gut. Was war das als Verknöchleisch? Letzte Woche. Hm? Letzte Woche. Vergessen, was das macht. Ich dachte, wenn du die Batterie nimmst, kriegst du wahrscheinlich ein Item. Das ist Leppunkt. Willenhorn und Dirtyb sind eigentlich zwei Leuchte, die noch. Den ist wieder. Fast. Zwillinge. Zwillinge? Ja. Zwillinge? Ja. Okay. Also das ist das Ding, was wir sehen sollen. Genau. Schießt uns, frisst uns. Wenn ich in der Nähe von einem Gegner stehe, dann kommt der Gegner angriffen. Okay. Okay. Das ist nicht. Das ist easy. Einfach nicht von den Bomben treffen lassen. Dann schaffen wir das. Und nicht die Bomben zu mir fließen. Ja. 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 Jürgen. Ja. 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 Ja, Mann. Ja. Der Mann war jetzt sofort, oder? Hast du den Treffel geschnuppt? Ja. Der Mann war relativ zügig, ja. Ohly fuck. Ja. Ja. Das ist schon knapp dann. Ja. Es war einmal das, was ich habe. Beim Isaac. Und dann müssen wir wieder bergauf gehen. Ja. Ja. auf drei Herzen im Tourstück machen, das ist jetzt so ein Wesen, dann wird sich wieder billig. Nein, ich habe nur noch ein Herz gehabt. Ich habe mir gedacht, das war es jetzt. Aber Rappert war nicht so schlecht, tatsächlich.